Die Jünger war wunderschön. Eine kleine Eseldienstleister. Er hat unseren ließer Freund an den Kurven aufgeblasen, dass sie platzten. Witz du das? Du schiebst eigentlich nur an den Leben, man dachte, sie nicht wieder schließen können. Ich habe ihn an den Tisch gekippt. Der ist aufgemacht. Ich bin so richtig, ich brauche mich nicht hinzulassen. Ich bin Zeit vor mir leid am Länge. Er hat uns lebt, bleibt gezittert. Ich bin nicht so weit. Wir haben Futterst gemacht. Weiß schon, kurz wie die Späler. Was ist jetzt? Kannst du das hier wieder an den Kurven? Was ist jetzt? Was ist jetzt wieder an den Kurven? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich bin unschuldig. Vielen Dank.